Hallihallo und willkommen zurück zum Malefona Pacific Assault. So, wir sitzen genau da wieder ein. Wo wir sitzen? Ah, genau, da wieder irgendwo aufgehört hatten. Kommt ich jetzt hier lang? Nee. Scheinbar muss ich wieder durchs Bunker. Durch das Bunker? Oh, der war wohl nicht mehr da. Scheinbar, genau, hat sich jetzt die Tür hier geöffnet. Okay. Dann wollen wir da auch mal weiter. Ja, ich wollte schon ins MG gehen. Ich befürchte, dass das nicht gut wäre. Sehe ich irgendeinen? Nee, da komm ich an. So was kann ich allein. Dann sollen sie vorrücken, Mensch. Dann halten wir, dass er auf und gut ist. Immer dieses Gepaniker hier. Wow, hi. So, wo rückt hier einer vor? Wo rückt hier nur einer vor? Wo? Okay, da hat sich jetzt einer von meinen Jungs anscheinend im MG gesetzt. Sehr schön. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn in der Luft? Oh Gott, hier haben wir irgendeine Flugkrafttechnologie entwickelt. Das könnte jetzt schwerer werden, du. Okay. Ich treffe ihn doch ein bisschen auf mehr Widerstand als eben. Da ist noch einer. Okay. Oh, oh. Ja, bleibst du da weg. Haben wir es endlich so halbwegs... Ne, da sind noch welche. Mir geht schon mal die Kommission aus. Was? Wo war da ein MG? Ich habe es vor der ganze Zeit immer eins gehört, aber ich dachte, das ist für unseres. War das nicht unseres? Äh, ein bisschen schneller. Mir wird schon wieder so... Ne, ich höre schon wieder Stimmen. Wir gehen nicht mehr viel davon. Noch drei, oder? Ja, ist doch okay. So, ich kriege mich mal in die Richtung erstmal. Ach, da ist das MG. Wieder so ein dummes Ding da. Ah, mal erwischt Gott. Ty, was sehe ich immer? Das ist ein kleines, süßes Kästchen. Jungs, hier steht hier ein bisschen... Was ist hier? Oh, wahrscheinlich wieder Fendi-Fire. Das klingt schon wieder so nach Panzer. Ah, okay, aber verbindet anscheinend. Na, dann ist ja gut. Wenn ihr das da hinten zerstören könntet, wäre ich euch sehr dankbar, Panzer. Okay, wie soll ich jetzt mal eben reinkommen? Okay, wahrscheinlich schönen Kramkampf wieder hier. Na, dann machen wir mal mit. Zack, zack. Eigentlich müsste ich doch... ...der Munition. Ah, nee, ich habe so getauscht. Ach, verdammt. Nein, 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 nein. Das war jetzt ganz schlecht. Aber die sollten eigentlich zu mir durchkommen können. Ja, kommen Sie. Ei, 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 ei. Ja, das wird schon, das wird schon. Das schaffen wir, das schaffen wir. Irgendwie. Heil du mich erstmal, dann machen wir weiter. Das sind jetzt ein MG-Nesterei. Komm schon, wo bist du hin? So, zack. Hier wieder reingehen, soll ich mir echt den anderen Ruff wieder nehmen? Ah, ein bisschen mehr Munition, ne? So, ich denke mal, hier kommen wir dieses Bunker-System. Ne, hier kommen wir Munition. Okay. Hätte das andere wahrscheinlich doch nicht vergriffen müssen? Egal. Irgendwie müssen wir in das Bunker-System kommen, nur wie, nur wie. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Weg finden. Da ist unser Panzer. Okay, da sind auch Feinde. Ah, schon diese Lufttechnik, die sie hier haben. Und zappelt der Monitor auf einmal. Und wenn es so zappelt, dann gibt mir YouTube wieder den Hinweis, ihr Video könnte verwackelt sein. Sollen wir das ausbessern? Wo ich mir denke, nein, es ist nicht verwackelt, es ist einfach ein Spiel. Ja, ich versuch's, aber ne? Was hat's mit X? Da hab ich jetzt irgendwie nicht durchgesehen, haben wir den anscheinend mal wieder ein bisschen zu vorschnell, zu weit, aber komm schon, Melek, komm schon. Melek, ich höre schon wieder Dinge, Melek, ne, hat er nicht geschafft. Oh Gott, ich hoffe, er hat einen guten Punkt gespeichert, ich hoffe, er hat gespeichert. Am besten, nachdem wir das Geschütze ausgestattet haben, dann war es ein bisschen ein Ziel. Da muss er ja doch speichern, oder? Komm schon, sagt du, er ist da gespeichert. Eieiei, Moment. Hm, okay, das war jetzt nicht die Stelle, ich gehofft habe, aber... Panzerabwehrkanonen, aber die sind doch unser Panzer. Hm, naja. So, jetzt weiß ich, dass ich hier nochmal eine Mission bekomme, wenn ich hier durch bin. Behalten wir diesmal lieber von der Hand, würde ich sagen. Diese MG ist da oben. Ah, doch, das ist nicht, verdammt nicht. Schnell in Sekunden. Ich dachte, die wären schon nicht mehr. So, nur aber. Nur aber. Ah, warte. So. So. Da haben wir hier wieder schöne Monitoring für bekommen. Zack, 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 zack. So, sehr schön. So, scheinbar muss ich mal da hinten lang, wo ich eben war. Dann gehen wir doch da mal wieder hin. So. So, dieses Mal aber nicht ganz so vorschnell. Wir haben ja gesehen. Wir haben ja gesehen, das hat so nichts geführt. Ja, bloß. Ich muss hier was gegen diese MG da tun. Und dann komme ich wieder hier hin und hier kommt die Gegner. Das ist doch sowieso doof. Hm. Okay, müssen wir mal schauen, wie wir es am besten machen. Ja, da sind jetzt wieder die. Nö. So. Haben wir wieder? Nö. Ist der wieder besetzt? Jetzt muss ich den Achtung schnell weg. Sind beide wieder besetzt? Komm schon, Lungs. So. Okay. Ein bisschen warten. Oh, sehr schön. Ding, wo Luft ihr habt. Oh. Tch. Nimmt der Ding erstmal einen Kolbe und zieht es den über den Kopf. Oh, wisst ihr denn denn? Ich kann jetzt nicht da oben. Ich bin grad hier unten. Oh, das ist meiner. Jetzt würde ich mal auf meinen eigenen Jungs schießen. so. Ein bisschen Munition wieder. Okay. 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 Kurz mal wieder in Deckung. Na. Schöne hinlegen. Schlafzeit. Okay. Nein. Ich werde die ganze Zeit umgehen. Das gefällt mir nicht. Ah, das sehe ich grad nicht durch. Wo bin ich? Wann bin ich? Wieso bin ich? Ich habe grad nicht wirklich durchgesehen. Nur noch mit dem Bunker. Ja, klar. So, wie komme ich da rein, ist die Frage. Hier? Nett. Warte mal zu dir. Wo bist du denn? Ja, super. Conlon, werfen Sie ein paar Sprengsätze in die Lufteinlässe. Ich brauche jetzt mal einen Medic. Feuerschutz! Ich sehe Sie! Lauf um! Äh. Meine Jungs stehen direkt neben mir und das passiert. Ernsthaft? Ach, wie ich durfte wieder sonst wo anfangen. Ey. Er sagt, komm zu mir. Dann denke ich, ich gehe zu ihm. Dann bin ich natürlich erschossen. Und dann passen die nicht mehr auf mich. Oh, nö. Och, Leute. Nicht cool. Gar nicht cool. Uh, verstehst du? So, jetzt. Ja, komm, steh schon auf mich. Ich zeig dir mal eben, wie das geht. So. Und so. Und so. Ne? So. Ich sollte eindeutig öfters speichern. hoch. Ach. Ach, das sind... Ach, das sind... Ein bisschen Granaten. Ach so. Okay. Gut zu wissen. Ihr solltet jetzt auch nichts sehen. Ihr sollt mitkommen. Auf. Ich will den Krieg noch heute gewinnen. So. Einfach mal vorbeigerannt an den MGs. Die Jungs da oben offenbar sind aufs Korn genommen. Mit ihren zelsamen Schwebegräften. So. Okay. Erstmal noch dicht ausschalten. Ah, das ist kein Problem. Immer mit der Ruhe hier. Keinen Grund zum Drängeln. Ich möchte da oben jetzt wieder welche oder was? Haben sie auch für nicht geschafft. Mensch, komm jetzt. M-M. Ach, das ist schon wieder besetzt. Wie oft ist das denn besetzt? So. Müsste doch langsam mal davon gut sein. Schauen wir mal. Nee, ich bin schon wieder besetzt. Ich glaub's ja nicht. Das hört immer auf damit. Du genauso. Er hat mich schon wieder besetzt. Also, glaub ich echt, ist das so ein endlos Kack. So, machen wir's doch hier füllen. In der Hoffnung, dass dem Bunker hier springen die einzige Hoffnung ist. So. So. Bleibst mir weg. So. Genau, ich bin jetzt mal hier drin. So. 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 Dann ging's hier weiter. Oh, meiner. Ups, Entschuldigung. Ich rechne nicht immer damit, dass ihr immer vor mir da seid. So, alles dauert. Jetzt speichere ich mal hier zwischendurch. Einfach mal rein. Nicht, dass wir den ganzen Quark hier nochmal machen dürfen. Hätte ich persönlich jetzt keine Lust drauf. So. Irgendwo hier müssten Sanitär da sein oder so. Ja, stehen hier rundherum und schießen einfach mal rundherum ins Loch. Tsch. Japaner. So, vorhin hat er gesagt, ich soll mir denn hier irgendwo hinhocke. Jo, bin da. Irgendwas soll ich irgendwo reinwerfen. Ist er da oben drin, oder? Ne, das ist ja anscheinend nicht, und das hilft nicht. Melek, ich könnte dich mal kurz gebrauchen, komm mal ran auf den Melek. Irgendwas soll ich irgendwo hingeöffnen, aber ich weiß nicht was wohin. Wird sie das nicht hinschreiben? So, ähm... Vielleicht sollen die hier nur ablinken, nicht so, wir wollen das hin und was machen. Hm, ne, hier kann ich nix... Oh, nix weiter machen. Den muss ich mir damit springen, da unten irgendwo. Ach, da... Oben soll ich hin? Jetzt hab ich's gesehen. Mensch... Ich soll da hochkraxeln. Oh, na super. War vielleicht so ein Lebensmüdiger Einsatz von mir. Na, muss ich klaren, oder kriegt das so hin, Jungs? Ich hab nur noch einen in meiner Tasche. Ja, ich weiß, das hoffentlich reicht. Schauen wir schon. Sie haben also alles auch geschafft. So. So. So, irgendwie soll ich da jetzt hochkommen. Wahrscheinlich geben sie deswegen mir hier Rückendeckung. Ich soll schnell hier hochkraxeln. Und soll das dann hier einmal rein machen. Darf ich jetzt hier oben stehen bleiben, wenn ich runter renne? Äh... Ich mich dem geh's. Nee, ich dürfte hier nicht stehen bleiben. Na super. Äh... Oder? Nee, dürfte ich nicht. Na super. Ach, Mensch. Ja, wenn ich runtergehe, erwische mich dem gehst, bin ich genauso tot. Ah, super. Hm. Na ja, gut. Diesmal haben wir ja eine günstige Stelle gespeichert. Jetzt schaffen wir's schon. So. Genau. An der Stelle, wo er es mir sagt, was ich zu tun habe. Diesmal wissen, wer es ja. Okay. War jetzt nicht genügend Rückendeckung, Jungs. Könntest du mal kurz, Medic? Gut, da ist er. Hm, 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 hm. Na komm schon. Ich würd gern die Stelle hinter mir springen, Medic. Mach mal hin, ne? So, wo bin ich? Da bin ich. Da geht's hoch. Zack. Und wieder weg. Zeig. Zeig. Also erwischen mich hinterher weg dem geh. Ist ja super. So oder so für den allerwertesten. Jetzt kann ich bloß hoffen, dass diesmal mit dem Medic mich schneller kriegt. Gut. Ah, da redet er schon wieder mit mir eben. Ja, super. Wie komme ich da runter, ohne im Geys erwischt zu werden? Das ist die große Preisfrage. Okay, Moment. Das kriegen wir schon hin. Alles nur ne Frage der Zeit. So. Dann soll ich mal hier erst den Feuerschutz machen. Genau, jetzt wird das M.G. kurz ruhig. In dem Punkt sollte ich hoch. So. So. Und jetzt erwischen mich dem Geys. Ja, jetzt erwischen mich dem Geys wieder. Ist doch zum Fäusemelken. Nein. Jetzt nie wieder Japaner. Ist das jetzt der Medic oder ist das ein Gegner? Ja, super. Was ist das für ein anderes? Dann bleibt mir glätt die Stimme weg hier, Mensch. Was soll denn der Kack? Anders werden wir uns irgendwo anders verstecken. Muss ich irgendwo anders runter vielleicht? Nur wenn wo? Okay. Warten wir mal ab. So. Schau mal. Wo kann ich noch lang? Ich kann da lang. Vielleicht sollte ich da lang gehen. Tja. Ne. Sollte ich offensichtlich nicht. Geil, wo ich lang gehe. Ich werde erwischt. Nee, das... Oh. Da bleibt mir echt die Stimme grad weg. Ich beende an der Stelle mal die Folge. Ähm. Ja. Wir sind da hoch hingetroffen. Wir sind wieder runter hingetroffen. Also eine Sprengladung. Die erwischt uns anscheinend immer. Egal wo wir sind. Also das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, in der nächsten Folge schaffen wir es. Wenn nicht, ich werde es wieder irgendwie schneiden oder überspringen. Mal schauen. Ich hoffe, soweit hat es euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen da. Falls nein, geht einfach eure Wege, würde ich mal sagen. Ne. Bis dahin. See ya. Willkommen zur Endcard. Und ich sage nur eins. Dieser verdammte Bunker. Dieser verdammte Bunker. Aber naja. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Für alles andere gerne auch die Kommentare nutzen. Ansonsten zur letzten Folge geht es einmal links auf den wunderschönen Videoausschnitt. Unten drunter verlinke ich euch wie immer meine letzte Sonderfolge. Das war der übliche Aufbau. Ansonsten, falls ihr nichts verpassen wollt, gibt es natürlich noch den wunderschönen Abo-Button. Da könnt ihr gerne ganz kräftig draufklicken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin. Zockt. Denn das macht Spaß. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.